Wenn ich an die Zeit von vor 70 Jahren denke, stelle ich sie mir grau vor. Nicht nur wegen dem fehlenden Wohlstand, sondern auch wegen dem veralteten Wertebild, das damals vorherrschte. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass sich dieses Wertebild änderte? Wie kam es dazu, dass wir keine Rassendiskriminierung mehr tolerieren? Dass wir gegen Krieg und für sexuelle Auslebung unserer Wünsche sind? Die Antwort heißt 68er Bewegung. Aber was war diese eigentlich genau? Im Gegensatz zu Fridays for Future gab es eine Bewegung, die so hieß nie. Vielmehr war es ein Sammelsurium an einzelnen Bewegungen, die mehr oder weniger zufällig zur circa gleichen Zeit auftraten. Alle waren circa um das Jahr 68 angesiedelt. Besonders groß waren diese Bewegungen in den westlichen Ländern. Da es innerhalb so kurzer Zeit so viele Bewegungen entstanden, hatte mehrere Gründe. Der erste ist die abschwächende Hochkonjunktur, die es zu dieser Zeit gab. Und die gravierenden Wirtschaftskrisen zu dieser Zeit. Der zweite ist, dass plötzlich viel mehr Menschen gebildet waren als früher. Der dritte ist, dass sich die Dekolonialisierung plötzlich beschleunigte. Der vierte sind politische Ereignisse, die wie die Kulturrevolution oder der Prager Frühling dazu führten, dass sich Leute eine neue Art der Politik wünschten. Aber schauen wir uns die 68er Bewegungen mal auf der Weltkarte an. In den USA waren die vorherrschenden Themen, die Leute auf die Straßen brachten, die Rassendiskriminierung und der Vietnamkrieg. Einen der bekanntesten Gegner der Rassendiskriminierung kennt ihr sicher alle, Martin Luther King. Dieser begann seine Arbeit bereits in den 1950er Jahren. 1968, an dem Höhepunkt der 68er Bewegungen, wurde er am 4. April erschossen. Das zweite große Streitthema in den USA war der Vietnamkrieg. Dieser startete 1964 und eskalierte 1965 bis 1968. Die Giftwaffe Agent Orange wurde eingesetzt und sorgte für viele schlimme Schicksalsfälle. Das ging vielen Amerikanern zu weit. Am 15. April 1967 demonstrierten in New York 300.000 Menschen gegen diesen Krieg. Diese massiven Proteste weiteten sich dann auf viele weitere westlichen Länder aus und trugen maßgeblich zur Entstehung der 68er Bewegungen bei. Eine dieser Bewegungen, die damals entstand, war die Hippie-Bewegung. In Mexiko tritten sich die Proteste der dort entstehenden Studentenbewegungen hauptsächlich um die allein regierende Partei PRI. Die Studenten wollten deren Macht endlich brechen. Am legendären Schweigemarsch Mitte September 1968 beteiligten sich über eine halbe Million Menschen. Trotzdem endeten die Proteste nicht erfolgreich. Etwas später wollte der Protestführer eine Rede vor 10.000 Menschen halten. Als er auf die Bühne kam, eröffneten versteckte Scharfschützen das Feuer auf die Polizei, sodass diese dachte, dass die Demonstranten angreifen. Daraufhin töteten Polizisten um die 300 friedliche Demonstranten. Das war das Ende der Proteste in Mexiko. In Japan richteten sich die Proteste hauptsächlich gegen die Militärpolitik der USA. Diese hatten einige Militärstützpunkte in Japan, führten Krieg gegen Vietnam und weiteten die Bombardierung auf Kambodscha aus. Ein weiterer Kritikpunkt der Demonstranten war das autoritäre, leistungsorientierte und verschuldete Bildungssystem in Japan. Auch in Japan waren die Demonstranten hauptsächlich Studenten, die durch friedliche Demonstrationen und Sitzstreiks auffielen. Irgendwann kippte der Widerstand allerdings. Die Mittel zur Demonstration wurden immer extremer. Universitäten wurden besetzt und die Bewegung zerfiel unter starken Flügelkämpfen. Dies forderte insgesamt 44 Leben. Im Gegensatz zu anderen Ländern demonstrierten in Frankreich hauptsächlich Arbeiter. Ihre Ziele waren eine faire Entlohnung, eine flachere Hierarchie in den Fabriken, kürzere Arbeitszeiten und Betriebsräte, die ihre eigenen Anliegen vertreten sollten. Großbritannien Auch in Großbritannien waren es hauptsächlich Studenten, die aufbegehrten. Sie stellten sich gegen nukleare Waffen, den Vietnamkrieg und die Rassendiskriminierung. Als ein weißer Rhodesier zum Direktor der London School of Economies ernannt wurde und die Studentensprecher Disziplinarmaßnahmen bekamen, rief das starke Proteste aus. Aus diesen Protesten entwickeln sich dann mehrere Studentenbewegungen, die die oben genannten Punkte verdrahten. Für ein westliches Land blieben die 68er Bewegungen in Großbritannien verhältnismäßig klein. Dafür hatten sie aber einen großen Einfluss auf die Popkultur der damaligen Zeit. Italien war zu dieser Zeit stark gespalten. Die Studentenproteste dort richteten sich gegen das neofaschistische Bildungssystem und eine zunehmende Spaltung Italiens zwischen Nord und Süd. In den Niederlanden blieben die Proteste gegen den Vietnamkrieg relativ gering. Die Protestgruppen konzentrierten sich darauf, die Gesellschaft zu verbessern. Sie wollten mehr Spielplätze und eine Reform des Bildungssystems. In der Schweiz waren die 68er Bewegungen nicht sehr stark. Im Gegenteil, es bildeten sich sogar Gegenbewegungen, die teilweise sogar größer als die eigentlichen Bewegungen waren. So beschlossen Studenten, dass sich Studienräte nicht mehr politisch äußern dürften. In Österreich waren die 68er Bewegungen fast nicht vorhanden. Es gab den Wiener Aktionismus, eine Kunstbewegung einiger Künstler in Wien und einige kleinere Proteste und Sitzstreiks. In der DDR waren keine Proteste möglich, in Westdeutschland allerdings schon. Westdeutsche Studentenbewegungen forderten mehr Demokratie, protestierten gegen den Vietnamkrieg, wollten tiefgreifende Hochschul- und Bildungsreformen, die sexuelle Selbstbestimmung, ein Ende der autoritären Erziehung, eine Aufklärung über den Nationalsozialismus und eine klare Haltung gegen Faschismus. Diese Forderungen, verknüpft mit den dazugehörigen Protesten, riefen, wenn auch die meisten Forderungen nicht erfüllt wurden, einen langfristigen Wertewandel herbei, der bis heute wirkt. Schauen wir uns einmal ein paar Aktionen und Gedankengänge der damaligen Zeit genauer an. Ein legenderes Beispiel für Proteste zum Thema Bildung ist Unter den Talan, MUF von 1000 Jahren. Das war die Aufschrift, die auf einem Transparent stand, dass vor den Lehrstuhlinhabern eine Universität hergetragen wurde, während diese ihren neuen Rektor feierten. Da es vor ihnen hergetragen wurde, konnten sie es nicht lesen und bis sie merkten, was darauf stand, waren schon massig Fotos geschossen worden, die diesen Moment für immer festhalten. Unter den Talan, damit waren die Lehrstuhlinhaber gemeint, die feierliche Talan trugen. MUF von 1000 Jahren, das ist ein Hinweis auf das Dritte Reich und kritisiert die nicht vorhandene Aufarbeitung eben dieses. Während den 68er Jahren fand auch die sexuelle Revolution statt. Diese war eine Enttabuisierung der Sexualmoral und schuf Toleranz und Akzeptanz gegenüber sexuellen Bedürfnissen und der sexuellen Orientierung von Menschen. Eine unerwartete Folge der sexuellen Revolution war, dass die Prostituierten alle pleite gingen. Innerhalb von wenigen Jahren verloren über die Hälfte ihren Job. Aber es gab auch erfreulichere Folgen. Schwule wurden immer mehr akzeptiert und auch Frauen bekamen mit der Zeit immer mehr Rechte zugesprochen. Sie fielen durch spektakuläre Proteste auf und waren für Schlagwörter wie Mein Bauch gehört mir bekannt. Mit letzterer Aussage demonstrierten sie gegen den Paragrafen 218, der einen Schwangerschaftsabbruch verbot. Eine Bewegung, die vor allem in Deutschland erfolgreich war, war die Anti-Atomkraft-Bewegung. Diese brachte die Bevölkerung in Deutschland dazu, gegen die Atomkraft zu sein. In Frankreich gab es eine ähnliche Bewegung, die allerdings keinen Erfolg hatte. Die letzte Bewegung, die wir uns heute ansehen, ist die Umweltbewegung. 1970 startete das Europäische Naturschutzjahr. Eine Umweltkampagne mit über 200.000 Aktionen. Sie gilt als Geburtsstätte des modernen Umweltaktivismus.